Gut, Leo, was gibt's? Ich habe etwas sehr simples, nämlich eine App namens Weather. Wovon es, glaube ich, relativ viele Apps gibt, die den Namen Wetter haben. Diese App ist aber sehr gut, weil die ist nämlich Super Not Boring. Ah, Super Not Boring, ja. Super Not Boring. Die mir ist in dem, ich glaube bei MK PhD war das im iPhone-Video oder in irgendeinem Video hat er es drin gehabt. Da ist mir, hm? Habe ich, ja, ja. Das war im iPhone-Video drin. Da ist die mir mal wieder über den Weg gelaufen. Ich hatte die vergessen, muss ich sagen. Obwohl die eigentlich ziemlich beeindruckend ist oder sich eigentlich sehr ins Gehirn einbrennt, wenn man die einmal gesehen hat. Weil das ist, also ich meine, ich weiß nicht, ob das ist, wahrscheinlich ein Entwickler, der hat ein paar Apps. Nicht nur diese Wetter-Apps, sondern auch noch ein paar andere relativ spezifische Apps. Irgendwie ein Timer und und so ein Habit-Tracking-App. Aber halt in einer grafisch sehr netten, spielerischen Form gemacht. Und auch diese Wetter-App ist, also auch einfach, ist einfach sehenswert. Ist halt super minimalistisch, weil du hast letztlich einfach eine Grundsatz, deine Temperatur in groß und kannst oben die Wolken um die Sonne irgendwie ein bisschen zerschießen. Und hast natürlich unten auch noch ein paar Detailinformationen. Manches ist ganz clever, auch verpackt. Die Daten kommen von Open Weather. Muss man halt schauen, wie gut die an seinem jeweiligen Standpunkt dann sind, unterm Strich. Das variiert ja durchaus sehr stark. Aber die App ist auf jeden Fall ansehenswert. Weil ungewöhnliche Form, um halt Wetterinformationen darzustellen und eine ganz nette, grafisch auf jeden Fall sehr nette, sehr nette Sache. Ob das jetzt meine Go-To-Wetter-App wird, weiß ich noch nicht so recht. Und Basisfunktionalität ist gratis. Du kannst dann für Abo kriegst du dann Widgets und noch, glaube ich, ein paar Zusatzfunktionen. Ich weiß gar nicht, was wir alles hinter die Abo-Schranke gepackt haben. Aber es ist auf jeden Fall, also allein für die Umsetzung her, ist es eine sehr sehenswerte App. Und ich bin so keine kleine verspielte App. Gerade bei Wetter-Apps ist ja sowieso auch so ein interessantes Genre und auch so ein bisschen ein Spielplatz. Und auf der anderen Seite hast du natürlich so ganz klassische Apps oder du hast natürlich die Klassiker, die einen beschimpfen oder irgendwelche lustigen Witze machen. Aber natürlich ist bei der Wetter-App am Schluss Fels und steht es dann natürlich auch mit den Daten, die jeweils halt eingespeist werden und auch mit Apple-Wetter was ja auch offensichtlich sehr wirklich sprichwörtlich schwankend ist, was da je nach Standort wie sinnvoll und gut die Angaben da am Schluss sind. Und da merkt man auch, dass Apple teilweise noch extrem dreht und nachbessert. Du hast ja auch gerade, Timo, diese Verlaufskurve, die sie jetzt eingebaut haben, nochmal auf Masse und glaube ich rausgeholt, die wirklich interessant ist. Also wo sie einen Jahresvergleich machen, die Durchschnittswerte, Temperatur, Niederschlag im Vergleich mit den letzten 20, 30, 40 Jahren, ich weiß gar nicht, 20, 70. Ja, okay. Also reicht schon ein bisschen weiter zurück, 50 Jahre. Das ist auf jeden Fall interessant. Also ich meine, die haben ja jetzt so eine Menge an Berg, an Daten in ihre Wetter, in die iOS-Standard und inzwischen ja auch iPadOS und macOS-Standard Wetter-App reingepackt. Du kannst da unglaublich viel dir anschauen und reintippen. Ganz viele von den Oberflächen funktionieren ja so, dass du da dich nochmal durchbewegen kannst. Also wenn sich Apples Wetter-App schon lange nicht mehr richtig angeschaut hat, da lohnt es sich auch mal wieder einen Abstecher reinzumachen und sich durch diese einzelnen Prognose und Vorhersagen und Detail-Tools durchzutippen. Aber auch da sehe ich immer noch sehr unterschiedliche, ich hatte ja sehr große Probleme vor allem mit der Prognose, mit der Regenprognose von Apple Wetter in iOS 16. Ich habe das Gefühl, dass die mit iOS 17, dass die ein bisschen besser, ich meine wahrscheinlich haben sie an Daten im Hintergrund gedreht, eigentlich müsste die in iOS 16 auch besser geworden sein, dass die ein bisschen zuverlässiger geworden ist, weil die war bei mir am Anfang, also jetzt hier für Wiesbaden war die am Anfang katastrophal und jetzt wirkt es so, als würden die Werte etwas mehr, die Prognosen etwas sinnvoller sein. Also ja, so mal ausprobieren. Du kannst übrigens andere Wetterquellen noch einstellen bei Not Boring Wetter. Bei Not Boring Wetter. Also auch Apple und Akkuweather und Tomorrow kann ich nicht, aber also auch Apple, Solkis inklusive. Der macht halt so viele kleine Ups und verkauft die als Paket mehr oder weniger. Also wenn du kannst, also wenn du das Paket kaufst, hast du sozusagen alle Ups von denen. Ja. Wenn du das Paket abonnierst, muss man richtig sagen. Ja. Es ist lustig, also ah ja, da ist der Umschalter. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Die Not Boring Wetter App, die hält sich zum Beispiel nicht an diesen Ringer Switch. Die macht jetzt Lärm, obwohl sie nicht soll. Bei mir auch, ja. Bei mir auch. Ja. Ja, das ist lustig. Das ist auch lustig. Da siehst du auch gleich, wenn du zum Beispiel von Open Weather auf Apple Wetter umschaltest, siehst du gleich, dass sich eigentlich das ändert. Hm. Ja, nee, das ist ganz, also, die Apple Wetterdaten, die sind halt gemischt. Die Luftqualitätsdaten waren auch sehr gemischt. Dann diese Radarkarte, die lädt einfach oft auch gar nicht. Das ist so ein bisschen komisch. Und was jetzt für Deutschland die Warnungen angeht, die muss man nochmal extra einschalten, wenn man das jetzt neu haben möchte. Dann muss man nochmal, hier so Critical Weather Alert, musst du nochmal extra aktivieren. Und da steht jetzt auch dabei, so für manche Orte haben wir halt keine hyperlokale Regenvorhersage zu Deutschland zum Beispiel. Und dann jetzt im Sommer mit den Sommergewittern und so war halt diese Warnung von Apple Wetter extrem oft einfach zu spät, wenn es schon vorbei war. Weil das so einmal in der Stunde guckt und vom DVD kommt halt so fünf Minuten vorher die Warnung in Warnwetter rein und dann eine Stunde später bei Apple rausgefallen, je nachdem, wann das Ding da checkt. Und das war halt unbrauchbar. Also deswegen vielleicht Warnwetter, Nina, Katwan, auch nochmal auf dem neuen Telefon anklicken, wenn man das brauchen kann. Ja, ja, ja. Also auf die Warnung von Apple Wetter würde ich mich auch nicht verlassen. Also erstens auf der einen Seite zu spät und auf der anderen Seite auch haben die oft die Warnungen, die als Vorabwarnung vom DVD laufen, haben die als große Warnung so Achtung, Katastrophe, sofort Bunker und ergreifen Sie Maßnahmen, ergreifen Sie folgende Maßnahmen, die wir Ihnen nicht sagen zum Schutz von Leib und Leben. Und dann schaust du bei DVD und dann so Vorabwarnung könnte sein, dass vielleicht irgendwie ein Gewitter kommt oder auch nicht. Ist, ja, ist suboptimal noch umgesetzt. Ja. Ich linke all diese Sachen, könnt ihr in der 865 von den Shownotes gucken und dann findet ihr wahrscheinlich alle Links. und dann geht's. Ja.